ARD Text im Auftrag des ZDF 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 Oh, da ist Jonas! Oh Jungs! Ja man, die haben doch Ramadan gerade! Ramadan! Das geht, was geht! Yo, was geht ab Franky! Hä? Jungs! Was hat der? Hä? Bruder, wohin? Franky! 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 Bruder! Verstehst du, was ich meine, Bruder? Du musst fasten, Bruder! Bruder, ich versteh dich! Ich faste! Ja, wir ziehen durch heute! Ich renn durch! Wir ziehen durch heute! Ich zieh, du fährst mich doch! Ja, Mann! Hey, chill mal! Franky! Alles gut? Bruder, mir geht nicht so gut! Hä? Mir geht es nicht so gut! Chill, chill, Bruder! Chill! Wo sind wir gerade? Sind wir im Wald? Bruder, ich weiß nicht! Bist du am Fasten noch? Bruder, ich zieh durch! Wie gesagt, ich zieh durch! Das ist wichtig, Bruder! Wir müssen fasten oder durchziehen! Ich greife in dieses Essen rein, Bruder! Warte mal, was ist das da? Warte mal, was ist das da? Was ist das da? Ja, was ist das? Da, Mann! Siehst du was? Was denn? Was sagst du? Ey, Chicken! Wora warten wir? Lass mal den Beißen sofort! Komm, komm, komm! Ich bin Frankie! Oh, ich bin Frankie! Oh, ich bin Frankie! Oh, ich bin Frankie! Oh, ich bin Frankie! Hey, hey, hey! Was ist das hier? Seid ihr bescheuert oder was? Ich dachte, der ist Chicken! Nein, wir sind ein bisschen verwirrt, Bruder! Es tut mir leid, ich dachte, du bist Grusprich! Ich bin da ein... Oh, Younes! Was ist das? Was ist los? Du hast gesagt, der ist Chicken, Mann! Aber der war gut auf Grusprich! Ja, aber Bruder, egal, Essen gibt es später zu Hause! Ich hab Bruder, Mann! Der ist Glusprich! Egal, wir essen später! Bruder, wer ist denn hier? Er ist ein guter Freund! Bruder, ich schaffe mich, Mann! Komm, Bruder, wir schaffen das! Wir schaffen das, Bruder! Bruder! Wir schaffen das, Mann! Wir schaffen das, Bruder! Wir schaffen das, Bruder! Wir schaffen das, Bruder! Halt durch! Halt durch, Bruder! Komm, Bruder, hey! Steh auf, Bruder! Steh auf! Mein Bauch macht Skrip, Papa! Ja, mein Bauch macht Skrip, Papa! Mein Bauch macht Skrip, Papa! Ja, Skrip, Papa! Wow! Ey, Frecky! Frecky! Essen, Essen! Iftar rehen! Iftar essen! Wir können essen! Oh, ja, Mann! Englisch! Hier! Mit meinem Bauch, ne? Ja, Bruder, essen! Komm! Komm! Warte, warte! Hier, mach Gebet! Komm! Bist du bereit? Bist du bereit? Stille noch! Bist du bereit? Stille noch! Bist du bereit? Stille noch! Bist du noch! Oh, Bruder! Oh, Bruder! Oh! Bruder! Bruder, ich bin bereit! Bruder, mein Bauch! Ah! Der ist jetzt gleich! Ich platz gleich! Oh! Oh! Bruder! Bruder! Willst du, dass du hier spielst? Wow! Biss die Kraft, Bruder! Wow! Eben! Wo le tue? Wo le tue? Wo le tue? Ja! Ja, Zebraus! Das war's! Jo, was geht ab, meine Freunde, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, viele von euch haben sich das Ramadan-Video gewünscht, ganz wichtig, Freunde, nehmt das bitte mit Humor und ja, jetzt komme ich mal zu eurer Frage, viele von euch fragen mich, Younes, fastest du, fastest du nicht, ja, Freunde, ich faste, ich faste, seitdem ich denken kann, jeder fastet für sich selbst, ne, auf jeden Fall, Freunde, in dem Sinne wünsche ich euch allen einen gesegneten Ramadan, viel Kraft und Durchhaltevermögen an alle, die fasten, ich küsse alle eure Augen, bleibt stabil, Peace, Love and Comedy, Puh!